Ein Ausblick auf weitere Themen. Grundsätzlich sprechen wir heute über den Umschlag von Flüssigkeiten. Überall da, wo wir Flüssigkeiten aus Tanks in mobile Applikationen, in Tankkesselwaggons oder in Bahnkesselwaggons umpumpen wollen, ob das eine Obenverladung ist oder eine Obenentladung, ob das eine Bodenverladung ist oder eine Bodenentladung, über diese Applikation wollen wir uns heute unterhalten. Eine Klapptreppe, mit der ich grundsätzlich die Fahrzeuge begehen möchte, funktioniert in beide Richtungen. Die funktioniert nach oben und sie funktioniert auch nach unten. Das bedeutet, ich sollte diesen Arbeitsbereich auch sinnvoll nutzen. Wenn ich zum Beispiel meinen Stahlbau zu niedrig ansetze, dann wird eine bestimmte Klapptreppe das kleine Fahrzeug wunderbar erreichen. Die Klapptreppe wird für das große Fahrzeug aber zu kurz sein. Wähle ich dann eine entsprechend lange Klapptreppe aus, um von dem niedrigen Stahlbau auf das hohe Fahrzeug hochzukommen, dann ist diese Klapptreppe für das kleine Fahrzeug zu lang. Und dann habe ich wieder das Problem, dass eventuell die Klapptreppe sogar einmal über das gesamte Fahrzeug hinüberragt oder entsprechend direkt auf dem Domschacht aufliegt und ich daher nach Begehen des Fahrzeugs die Klapptreppe wieder hochklappen muss.